Hallo und herzlich willkommen zurück bei League of Legends. Wir spielen heute in einer gemeinsamen, gemütlichen Runde mit dabei. Da sind der iCashFruits als Caitlyn und der ADC. Dann haben wir noch AK, die hatte ich fast gesagt, die gute Krankenschwester Akali in der Mitte. Ich als Elise, der gute Leschramo auf der Top-Lane, Leona auf der Bottom-Lane. Genau, als Support. Und Warwick im Jungle. Hallo, ihr lieben Leute, ich grüße euch. Hallo. Alter, wie schnell du redest. Schramo, du bist mal wieder viel zu schnell. Es tut mir leid, ich rede das nochmal langsamer. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Legastheniker auf 8 oder so. Bist du? Oh, ich habe ja eine Katharina in der Mitte. Akali gegen Katha. Akali gegen Katha. Ja, dann sage ich mal weiter hier. Und zwar, die Gegner haben eine Quinn als ADC, ein Garen of the Top-Lane. Lee Sin wird im Jungle da rumhürnzen. Katharina ist in der Mitte und Sona als Support mit Clarity. Wow. Und sie ist Pentakill, Sona. Tja, ist sicher, dass das alles so ist? Nein. Außerdem ist es nicht Lee Sin, sondern es ist Eku im Jungle. Eku! Eku! Nicht Lee Sin oder mit einem... Er hat dieser, der blinde, der blinde Asiate halt. Er ist kein Asiate, er ist ein Mönch. Ja. Ja, der Mönch, alles dasselbe. Nein, ein Asiate ist nicht gleich ein Mönch. Doch, im meisten Fall schon. Er ist auf jeden Fall sehr reinlich, weil er riecht immer alle Stinken gegen den Eis. Okay, nein, ich kann kein... Das heißt, ich kann kein Mönch werden, weil ich... Aber ich rieche noch mehr, würde ich sagen. Und ich bin nicht kastriert und keine Ahnung. Hat er gerade gesagt, er ist nicht kastriert? Ja. Doch, er ist kastriert. Boah, weiß ich denn das? Darauf würde ich wetten. Darauf würde ich wetten. Bleib mal stehen. Den Abschied. Den glaubst du auch. Weg mit dem Kopf. Weg mit dem Kopf. Das klingt sehr seltsam. Gucken wir da. Er ist nicht kastriert. Doch, jetzt schon. Oh, Kate, den Waste, Marla und so. Oh mein Gott, was a loo, was a boon. Den die Base zu reporten, recken. Oh, Marco, Marco. Was denn? Michi? Learn to play. Warum? Ich weiß nicht, einfach so. Du weißt das Mana, finde ich. Ja, weil mein Mana gleich nicht wieder voll sein wird. Aber, okay. Hallo, du musst noch voll lange warten, ja? Hm, ja. Hallo, du hast gerade mal gleich erst 250 von 290. Ja, das sind 20 Mana. Überleg mal, jetzt fehlen 20 Mana für deine Ulti auf Level 1, ja? Finde den Fehler, ja? Ich koche was. Wer will was Appa haben? Ich nicht. Es ist Chili, ja? Chili. Was gibt's denn? Chili? 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 Oh. Ey, das nimmt mich gut. Und dazu gibt's einen Bluebub, der wird dann nach seiner Rinn noch geröstet. Hm, Bluebub. Das hört sich ja gut an. Ja, ja. Ich mach den übrigens Smite-less. Achso, deshalb Smite-less. Ich mach ihn Smite-less und dann wusch. Und dann wusch. Überraschung. Überraschung. Ach, ich muss ja Last-hitten. Surprise, surprise. Ich find den Enemy immer noch nicht, sag mal, wo sind die? Enemy lost. An enemy wie, äh, wäh. Warte. Mach mal. Los, hol deine weibliche Stimme raus. Ach, ne. Flame. Und pump. Put. Ach, das ist doch toll. Nice. Ich wollt noch entzünden, aber da hab ich gedacht, nee, das wär jetzt sinnlos. Nee, ja, das war auch sinnlos. Ich glaub, da war ein Disconnect. Warum steht mein Garen einfach nur rum und macht nichts? Die haben irgendwie alle das, die hängen, die hängen alle in einem Raum und haben alle kein Interesse. Dreif ihn an, dreif ihn an. Oh, doch, jetzt bewegt er sich ja wieder. Ich hab eine Katharina gekillt. 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 Komm, leider irgendwie komm ich nicht an die Sona ran. Na, das wird knapp. Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Dann weiß ich nicht, ob das nicht dann doch Tower Range ist. Ohne Schildboost geht da eigentlich immer um. Ja, ja, der steht hier grad im Busch rum. Soll ich auch noch so? Ja, ja, macht mir ja nicht daraus. Ich hab mein E auch schon geskillt, also wir könnten ihn rappen, wenn er wegrennen will. Na, 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 na. Okay, dann muss man nur sagen, wann du reingehen willst. Wie wär's mit jetzt? Okay. Jetzt. Und überraschst du? Oh Gott, das wept Ding. Mein Kot. Oh Gott. Mein Kot. Mein Kot. Mein Kot. Catelyn wurde getroffen. Go, go. Weiter. Oh, da kommt ein Lee Sin. Schade. Na, ficken. Ja, das war OP. Gut gemacht. Ja, okay, das war halt voll. Oh, ich haut mir mal nach hier. Ja. Autsch, 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 Autsch. Einfach mal abwarten. Jetzt könntest du drauf. Bin schon drauf gegangen. Ja. Das darf man top. Oh, voll fail. Cutter, push der Mitte. Jetzt wird's mal wieder mit. Es war ein bisschen zu früh. So schnell konnte ich nicht da sein. Good news, sorry. Ach, macht ja nichts. Also ich zieh ihr mit ein paar Space zieh ich ihr so ein bisschen über Arflife, ne? Ist doch schön. Wenn du dich jetzt beeilst, ne? Na? Nein, ich hätte doch mal hinterher laufen wollen. Der ist doch tot. Bleib doch ruhig. Perfekt. Ich hab den Knight nicht gesehen. Oh Gott. So Garen ist glaube ich Base, der holt sich eben Paulen. Ja, genau. Ich würde sagen, Botlane ist too overpowered und so. Mitunter, ja. Wir wollen hier zu uns. Damit du auch mal richtiges Pro. Lissin kommt runter. Ja, wo ist der? Ich nehm, ich nehm auch auf, Max. Okay, komm mit. Okay. Von dem her. Was? Was zum Teufel. Das tut man ja fast überall. Dann sagst du nicht, der kommt, oder? Ja, der ist runtergegangen. Nee, der hat Perspektive. Moment, von wo aus runtergegangen? Von Mitte aus runtergegangen oder von Toplane aus runtergegangen? Da. So. Hm, haben wir irgendwie nichts mitgekriegt von. Ich glaub, der hat... Back to uns. So Garen ist wieder da. ODER... Er möchte gleich nochmal mitte ganken. Lass dich nicht eisgacken. Man munke, man munke. Dann hängt das Katarina mit pushen. Na komm, na komm. Aber dann push ich halt. Geh dann einfach gleich back. Mach den Strich durch die Rechnung. Wie du willst. Strich. Ich würd ja rankommen, aber ich glaube, das ist ja richtig. Wenn ich dann ran springe. Ja, das ist eindeutig Tower-Range. Ach, wie läuft's denn dort oben? Ja, awesome. Ja, gut. Die hast du ja noch nicht, ne? Schade. Geh du da! Ah, Liesl! Schade! Oh Gott, Liesl. Ich bin so langsam. Schlappe! Ist nicht. Geh weg! Du blindes Huhn. Blindes Huhn. Ich hab ja noch Full Mana, also. Oh, scheiße. LOL! Was war? Das war ein... Das fand ich jetzt mal mega fies. Er zieht sich just in dem Moment weg, wo ich ziehe. Und ich werde automatisch noch ein Stück weiter gezogen. Das war vom Feinsten. So, jetzt bin ich da und jetzt ist nichts mehr los. Ja, jetzt ist die Action wieder weg. Das ist immer so mit, Marvin. Kommt ja dann hier, ein Attack Speed und dann bin ich wieder weg. Kameramann, leuchtest auf Bot Lane. Wir sind ein leuchtendes Beispiel für alle Lanes. Sehen wir uns da rein. Aber, aber, aber top. Ja, doch. Weißt du, hast. Knolten. Auf jeden Fall kassiert Katharina übertrieben von mir. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Garen zieht sich zurück. Aber ich glaube, das ist kein Bait. Keine Ahnung, wo da hingeht. Doch, da ist er wieder. Ich glaube, da ist er wieder. Okay, lol. Ja, ich glaube. Leona fängt an zu schlafen. Und Garen hat gewartet, da wo Bush ist. Okay. Ja, wo Bush ist. Ich geh mal zurück, ich kauf mal neue Awards. Wollt ihr da? Ja. Okay. Die 2. Meter weiter vor. Oh, ich hab mal alle geleckt wie gesagt. Äh, kann ich, kann ich hier, äh, Dings haben? Kannst gar nix. Äh, hier, äh, Dings und so. Das blaue oder das grüne? Ja immer doch. Finde ich gut. Verschenken würde ich sagen. Geilte. Jetzt kann ich mir noch nicht mal Awards kaufen. Catelyn, wir töten eindeutig zu wenig Leute. Komm mal mit. Bullshit, ready. Komm mal mit. So, wer wollt jetzt Blue? Ich. Bitte. Dann kommt die mir doch mal bitte. I need. I'm Leona, I need this. Oh, ich hatte einen Leck. Elise ist ja gar nicht so, dass du mir nicht leidtust. Tust mir nicht leid? Ja, so gegen Garen und so. Ui, jetzt darf ich bloß nicht wieder fail? Doch alles in Ordnung. Reicht schon, reicht schon. Es ist die Legendary Skin, Garen. Okay. Bush Skin. Wenn die meine Kleine los. Der Bodlane fehlt. Mach ich ja nur, damit ich meine Fähigkeiten spammen kann und so weiter. Ja, das ist auch nice eigentlich. Ach da, süße. Soll ich mal ganken kommen? Ich habe meine Ulti ready. Ach, scheiße. Das habe ich verskillt. Ich lag die Zeek. Sei doch nicht so übertrieben schnell. Ich bin ein War. Ein War. Ein War. Ich bin ein War. Awesome last hit. Awesome last hit. Garen ist noch voll live, oder? Ja, ja. Achtung, da ist noch irgendwo was. Da oben irgendwo. Oh, da oben. Hier ist glaube ich Jungler. Oh, ich komme nochmal da runter. Siehst du? Mein Gott, bin ich gut. Ist so gut, ich habe schon Angst vor dir. Ich komme. Wir killen den Jungler. Wo ist der Jungler? Ich komme, ich komme. Ding machst du den Jungler? Wo ist der Jungler? Wo ist der Jungler? Ah, der ist ja unten. Genau. Aber es hat mich da jetzt umgebracht. Nein, ich flash mich extra noch. Ach, egal. Du kommst ein bisschen spät, findest du nicht? Ja, ich bin die ganze Zeit auf dem Weg gewesen. Akadi. Aber... Geh ab. Nein, gehst natürlich nicht ab. Ach, egal. Zack. Holst du sie sich die jemand? Ja. Ja. Also ich habe Ulti ready. Wenn ihr die Minions eben schnell pushen könnt, dann... Ich gebe eine gute Verfolgungsjagd. Ja! Oh, da kommt Ketter, Ketter, Ketter. Ja, schöner raus, ja, Max. Nee. Der Wechsle. Mein Gott, diebt mal ein bisschen Schaden. Diebt mal ein bisschen Schaden. Ja. Einer von euch macht ja Schaden. Los, Leute. Das ist der Kali. Macht Schaden. Jetzt habe ich meine Ulti nicht. Weil ich mich verskillt habe. Ach, ich mag das. Äh, wenn du kurz ein, zwei Hits tanken könntest, dann könnten wir Alice in Köln. Ähm, nee, das gefällt mir grad gar nicht, was hier los ist. Egal, ich gehe erstmal B. Okay. Achso, ja, und gleich mache ich Schaden. Keine Angst. Ability Power über großer Stab gekauft. Ability Power über großer Stab gekauft. Hört sich fast wie ein Lied an. Ability Power über großer Stab gekauft. Catelyn, ein Q noch und Ulti. Dann ist Tod. Boah, ich muss mir auch umbringen was kaufen. Welche, welche, welche Ulti? Welche Ulti? Die, wo ich verskillt habe. Ja, auch. Warum hast du die? Quartig umbringen! Ja, aber wenn es die Gegner schon nicht machen, dann machst du es wenigstens. Ja, ey. Also das waren wir jetzt irgendwie zu... Oh, schade. Okay, also Katharina hat 72 AP. Merke dir, wenn wir nicht immer unter den Tower rankommen... Oh nein. Ey, Katharina hat 72 AP, ja. Und, 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 und 1200... So. Es hat wieder gut gemacht, oder? Ja, das hast du jetzt fein gemacht. Ganz stolz auf dich. Weiß ich doch. Ich hab ja Angst eingejagt, kann das sein? Brutal. Aber richtig. Oh, ich weiß schon die Sünde. Ich hab ihn gesehen, hab ihn gesehen, hab ihn gesehen, hab ihn gesehen. Jetzt kommen wir mal angerannt. Na komm, wir gehen mal gucken, was so deren Jungle zu bieten hat. Überraschung, Spaß. Überraschung, Überraschung. Und was zum Spiel denn? Leona? Ich bin auch da. Leona, so nah, verdammt. Warum sieht die mich hier drin? What the fuck? Weiß ich nicht. Okay. Haben beide getroffen. Ich bin immer in deiner Nähe. Ich muss weg. Oh Gott, so close. So close, Alter. Akali! Akali! Der flippt hier voll aus, ey. Neee. Neee. Genau. Aaaaah! Robic, hast du dein Ulti noch? Nee. Ich lenke gerade megamäßig. Ich hab hier jemanden am Tower gedingst. Ah, best. Er hat mir damit das Leben gerettet. Hab ein bisschen gefehlt eher, finde ich. Aber sonst, ja. Aber ich wär fast tot gewesen. Ich hab eigentlich immer so ein bisschen gewartet, bis Lee Sin so, naja, ob er jetzt mal rankommt. Aber der ist nicht blöd gewesen. Oh. Leider nicht. Also blöd ist er schon, nur er war nicht so blöd, dass er reingehört. Hey, lass mal zurückgehen. Ja. Das fand ich halt gerade schade. Die Loth hat mir kein Wort gekauft. Brauchst ein Wort. Oh, guck mal. Da, 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 da. Ja, oben. Wär ganz nett, weil der Lee Sin... Da, 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 da. Jo, PC, ganz easy. Mal zurückgehen. Heya. Ich habe das Webzeug für den Job. Hallo. Oh, sorry, wenn keiner... Sorry, wenn keiner... Ich hab das aber schon auf den Weg nach unten. Ich hab das aber schon auf den Weg nach unten. Tot. Passt schon. Soll ich auch noch unten mit runter kommen, oder? Na klar, hier unten geht die Party ab. Oh, da kommt wirklich die Party. Da kommt die Party. Ich weiß, so genau wolltest du's wahrscheinlich gar nicht wissen, oder? Das haben die gesehen. Jo, wie haben die das gesehen? Oh, das gefällt mir grad gar nicht. Ja, Pff. Lups. Ähm, Hilfe? Hilfe? Wo denn? Nirgends wurde sie geschreit. Mach deine Ulti auf Katharina und dann kommt meine Ulti und dann ist sie tot. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Wenn sie noch... Oh. Ich würde sie aber gerne eher... Jetzt kannst du. Okay. Oh, die ist nicht so leer. Oh no, Scatter. Oh no, Scatter. Wenn ich mich jetzt richtig hinstelle, kannst du in den Tower reinspringen? Ich stun sie und die Kayden liegt in diesem Ziel um. Ja, hier kommt ein Lee Sin. Äh, ja Lee Sin. Hallo Lee Sin. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. HALTE DA HALT! Hier macht Dinge. BUM! Oh, schön schön schön. Hallo! Ist da jemand? Bitte nicht mein Farm, ich brauch mein Farm selber. Okay. Ich hab nichts angerührt. Marco! Jajajajajajajaja. So, wir hatten wieder Blue für hier. Bleib mal präsent hier. Oh, ich zeige Präsent. Warwick? 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 Nein, nein, komm bei Fuß. Äh. So, hier hat jetzt jemand Blue? So, hier fände ich die kleinen Fischer. Eigentlich für die... Keine Ahnung. Eigentlich für die Catelyn, ne? Catelyn, komm mal her! Oh, was macht ein Sohn da? Was macht ein Sohn da? Dingle. Katelyn hat Blue. Stimmt. Garen ist SS. Oder nimmst du den? Ja. Irgendwie komisch, dass die sonst wieder gefehlt haben. Hier ist eh weg. Hat was gefunden! Äh, wo, wo, was? Au, ich hab's echt doch geschafft rüberzukommen. Nein, ist das doch fehlerhaft! Alter, das ist zu weh. Ja, das tat weh. Boom, Nigga. Alter, du kommst doch noch weg. Oh. Scheiße, Alter. Oh, da hast du ja nie Sinn. Ah, das ist ein Ulti. Ich glaube, ich müsste mal ausgehen. Wär mal Glück, ja. Ja, wenn wir das gleich direkt reingehen und so, dann kommt's hinterher, Mädels. Ah, Ulti. Warum ist die so fucking schnell? Hm? Also, ich wär ja hinterher gekommen, ne? Ja. Mir fehlen halt die Boots gerade. Geht's gut. Mir fehlen jetzt gerade das Mana für die Ulti, das ist echt scheiße. Ja was, denn jetzt Mana oder die Boots? So wohl das auch. Oh, guck mal da, da passieren Dinge. Fuck, mir fehlt das Mana! Lass mich das doch ankotzen gerade. Ich hätt' gelacht, wenn er dies hinwärts noch an zweigt, ja. Oh, ich bin mal rekt. Ich weiß, ich bin mal rekt. Ich weiß, ich bin mal rekt. Warwick, schnief erstmal. Schnief erstmal. Oh, ja. Oh, ja. Schon viel besser. Weibliche Körper. Oh, das weiße Grollt. Los, komm Drachen, Mann. Nein, Moritz, komm mit Drachen. Oh, 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 oh. Oh, ich geh' hier weg. Ich glaub' wir machen keinen Dragon. Doch. Nein, 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 nein. Weil Lissin und Grin und Katharina... Die sind doch da unten, jetzt macht doch mal den Dragon. Die sind bei euch. Gerenice SF. Und ich komm da nicht rüber, ne? Es ist ja zum Kosten. Moment, Moment, da kommt noch was. Und rüber, Akali. Yeah. Mach derzeit mal Dragon. Hirlin. Wenn ich irgendwas hätte, ja. Ja. Ja, die kommen grad... Jetzt warte vier Sekunden, hab ich mein Ulti. Oder mit, besser gesagt. Nein! Ja, Miss ist auch auf der Top schon lange. Ah, fuck. Oh, Mann. Ulti-Range reicht nicht aus. Da oben. Da, kannst du. So. Würde sagen, nein, du entkommst mir nicht. Naja, Hauptsache irgendwas raus, Bader. Nein. Ey, wie Insta doch ein Quinn gerade war, oder? Haha. Aber hallo. Ich mein, ich war gerade mal ein Coup. Warum ist dieser fucking bisschen so fucking schnell? Ich war gerade mal ein einziger Coup von mir. Ja, der hat schon Boots und so. Ob ich mich auch gleich haben werde. Ja, ich auch. Ninjatavis? Hä? Ninjatavis. Willst du mich verarschen jetzt, du Arsch? Geh weg, du Schatzkeks. Hilfe, Caitlyn, 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 Caitlyn! Komm hoch! Oh mein Gott! Ah, da kommt ja doch wer! Oh mein Gott, da sind so viele! So viele Menschen. Und sie tun Dinge. Oh, die Ulti. Nice! 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 Auch schön. Oh nein, 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 nein! Näh, 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 näh! Wir flitchen können wieder raus. Ich brauch so lange... Ich werde Cutter! ich brauche so lang so bin er da ach scheiße ulti ist noch nicht ready wo ist diese scheiß kathen ulti wenn man sie mal braucht ich wollte nicht daher flashen aber gegen die scheiß dreckige sona wenn er bis heute rauskommt können wir noch übrigens das war keine beleidigung das war nur eine feststellung ja was war das shit das war ein fehlwort gerade weiß mich auch mal eine schon das bei mir und ich dachte ich hätte ein adress item auf 1 ich habe eine sona bei mir oben ist interessant ich kann ja wieder red holen hier ich habe jetzt eine sona hier oben ja kann sie gerne machen es ist schwierig ja für ihn für mich ja die kommen jetzt so langsam richtung turm aber passt schon also noch ist alles in ordnung ja die sind auch mitte hier ein paar und jetzt sind sie beide ss krass ich bin da wir gewinnen sogar wenn ich alleine bin gewinne ich so wo soll ich denn jetzt hinkommen ich komm mal kurz top ja ist ne gute idee auf sie trotz sind wir eindeutig wir kommen einfach mal von hinten so ok aber ich glaube gerne hat gewartet ja das ist mir jetzt egal ich wurde ignited ohne grund wahrscheinlich von quinn oder kata reinkommen bei ihm irgendein pro-game oder vorrick eile herbei the element of surprise the prize 10 sekunden tower ach tower dive einfach gleich tower dive ok fertig für den tower dive ja klar ach komm den holen wir uns nein wie ist das darf ich auch mal einen kill kriegen nein ich krieg alle damit du mal Bescheid weißt supporter sind immer overpowered ich brauchte auch mal ein bisschen und ich hab mir gedacht ihr habt schon so viel ding ping pong ach jetzt hab ich halt meine ulti nicht so kriegen wir den tower auch noch näher oder ja einfach mal so direkt rufen ja ja ok wir tun das selbst bro ich könnte flashen aber irgendwie will ich nicht ne ich glaub wenn gavin nur Q, E, Ulti macht dann bin ich tot oder? was? welche Ulti? wenn er Q macht dann noch ein E und ein Ulti muu oh da ist sagt doch jemand das wir jetzt als superior sind war weg seht es mal so ich mach dinge ich mach dinge ich konnte auch what this man warum laupt ich da rein oh god warum laupt der rein ich bin in seinen wirbel wirbel gelaufen schnell weg oh my god 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 ich könnte Hilfe gebrauchen kann das sein? ne wir tun nur so gut dann warte ich einfach hier und warte ab wie ihr sterbt ne ich push mal rein hallo karte ich muss base ich kann nicht ah i don't care wir sind kommt noch ein bisschen näher ran ich hab gleich meine Ulti die sind schade darauf habe ich aber auch irgendwie gehauen ja die war grad auf cooldown und dann ganz wenig mana und Dinge geschehen und Stresssituationen eyy ich überleg gerade hol ich mir zuerst Lichtbane fertig oder hol ich mir jetzt direkt Rabadons ach ich schon mit direkt Rabadons direkt Rabadons ich hab hier gerade jemand gekillt habt du das gemerkt? hab das mitbekommen? ja ne 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 hast du das gesehen? hab das mitbekommen? ja ne 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 das ist wieder Stave-Modus und Kisti ja du bist awesome hm irgendwie fail oder? feuer 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 pack dir mal was 1,8 1,8 und 47 farm und Kate dann 8,1 und 1,43 ist doch schön also irgendwie läuft da was falsch also ich mein nicht für uns dann bei Quennt oder? was war der Quennt? 1,8 gehen wir jetzt auch in die Mitte ich bin gerade unterwegs ich frag mich warum die noch nicht aufgegeben haben oh mein Gott deine Spinne oh ne Spinne ich hab mich auch gerade erschrocken guck ne Spinne an eat the spider spinn lady flood ist mir egal wollen wir rein? naja ja 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 oh das sah ja besser ja ja ach komm ich will doch nur einen kill obwohl einen hab ich schon aber hier unten war gerade ein Liefen der bei Gavin chillt und so oh oh top top da geh ich mal defen we don't care we love it wo ist mein ja Kali guck mal bitte her Garen auf bottom party bo 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 bottom party drop the bottom drop the bottom ich denk's ich gerne auch bottom weil ich mich irgendwie verarsch ne lau ich wollte noch einen supporter ran hm gell gib dem supporter doch mal einen kill man 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 der jungler will auch was ey Makra weißt du noch wo wir beide zusammen bot lane waren und du nicht einen assist bekommen hast äh äh keine Ahnung oh ich kann mir was kaufen wenn ich zurück geh was war das für ne Aktion denkt ihr die ist op oder was es wirkt es mir ja instantly looped out ah das ist wieder einer dieser Spiele da fehlt irgendwie so die Action so scheiße ich sterbe oder so äh ich bin gleich tot nehmine auf den Tank nehmine Legger nehmine naja dann leiden wir hier dann gehen wir weg Wir gehen weg. Blubuff holen, Blubuff holen. Ich wollte nur Präsenz zeigen. Du bist der Beste. Ich bin der Beste, oder? Meine Lane. Ey, guck dir meine Lane an, meine Lane. So hat durchgepusht. Ich frag mich, was hier Top-Loot ist. Gut, ich geh nachschuken und du machst den Blubuff. Wer will, watch was schauen. Ich guck, dass keiner guckt. Oh, guck mal, da kommt wer. Oh, da ist Action, da ist Action. Oh, da kommen noch mehr Leute. Merkt schon was hier. Oh Gott. Nein, ist nicht. Ich bin aufgekommen. Ihr wisst, dass ich nicht dabei bin. Der, der Damage macht, ist nicht dabei. Ich lauf mal langsam laut. Oh komm, darf ich auch mal was bekommen hier? Das ist doch nicht fair. Ja, oh mein Gott, danke. Danke, alle sterben. Nein, danke. Hallo, ich sterb nicht. Obwohl ich dachte, dass ich sterbe. Aber ich bin tot. Vor allen Dingen alle, nur ich bin tot. Das ist schön. Perfekt, meine Ulti auf Kata macht. Oh, die Sin lebt. Achtung, Achtung. Du bist so gut. Hab ich auch gemacht. Okay, die Sin ist mitte, das heißt ich kann hier top weiter pushen. Ja. Ja. Du solltest lieber schnell Baron machen. Oder Dragon. Natürlich Solo, ne? Also, mein Item Build hab ich jetzt noch nicht für Solo Dragon. Äh, Baron. Für Solo Dragon. Und Baron. Gleichzeitig. Das wär so ein bisschen bitter. Ja, Solo Dragon schafft er auch nicht. Ja, aber noch nicht. Ja, aber noch nicht. Noch nicht. Ja, das reicht. So, jetzt hab ich Flugzeug fertig und meine Merge Boot. Du redest zu viel. Du redest zu viel. Natürlich red ich zu viel, aber hallo, das ist meine Aufgabe. Ich bin Kale, Dead Ice Bear und so. Genau, what I mean. Mr. Sucks 3. Ja, der Mika. Und hier der Marco, wieder Red. Haio. Alles schon. Besten Dank. Na, ich hab's jetzt schon. Lu, Lu wär auch gut, aber... Check, wo ich bin. Entschuldige. Also, ich denke ja, wir sind alle irgendwie voll am verlieren. Meinst du? Ja, ich meine... Und er hat nur 2, 2. Kommt er einfach an, 2, 2. Ja, 2, 2. Ja, 2, 2. Hast du überhaupt mit draufgehauen, oder nur Smiled? Nur, nur Smiled. Weil ich's kann. Oh, das ist eine Liste. Das nächste Mal nehme ich Smiled mit, dann gucken wir ja mal, wenn wir dragon recht. Also, bei meinem Jungle fehlen immer einzelne Creeps. Aber immer diese kleinen. Drenn hoch, 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 drenn hoch. Ja, aber die hab ich doch grad schon gemacht. Du Held. Oh, jetzt haben sie mich mal getilltet. Na, darf ich auch noch mitmachen? Nein. Garen hält aus wie Sau, du. Mann, Mann, Mann. Oh, oh, das hat... das kam zur richtigen Zeitung. Ach, egal. Mach dir ein, los Warwick, los, los, Uri, egal was, ich kenne... Was bin ich, was bin ich, was bin ich godlike? Ey, ich bin Legendary Guy. Le-Leona gewinnt das ganze Spiel vor uns. Leona gewinnt das ganze Spiel vor uns. Und bleibt aber stehen, du Mischstück! Also, steht noch. Oh, Böse. Böse. Ihr seid so böse. Lea ist so schlecht, du hast nicht mal ein Messer. Ich würde sagen, ich bin supporter always, ja. Bin ich etwas schneller als mein Schatten. Oh, da kommt ein Power-League. Ich brauch gar nicht mehr loslaufen, oder? So. Muss ich den Turm nur kaputt machen? Ah, egal. Ich lauf den doch mal. Ich schlag grad irgendwo drauf. Irgendwo drauf. Was halt grad so frei ist, eigentlich. Oh, die Minions unterstützen euch. Minions OP. Okay. paar Sekunden noch, dann hab ich wieder Ulti. Ich bin in ein paar Minuten da. Oh, und so. Nein. Nein. Keine Ulti. Dich. Hallo Hilfe! Perfekt. Perfekt. Ach egal. Oh, steht war das geil. steht war das geil. Genau. Vom Feinsten war das. Mein Motto. Vom Feinsten. Aber richtig. Ich glaub, wir können den Nexus kaputt machen. Echt? 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 Ich hab doch gesagt, ich bin Tower Defense. Ja, also. Und unten auf der Botlane hat man natürlich High Elo, so Challenger-Klasse gesehen, wie man spielt, ja. Genau, mit gleichem Disconnect am Anfang und so. An alle Challenger und so. So spielt man übrigens richtig. Genau, das könnt ihr euch alles ansehen und ich sag an dieser Stelle jetzt erstmal, bis denn dann und tschüss. Tschüss.